Die Hochmoselbrücke verbindet mit der B50 neu die Eifel mit dem Hunsrück. Die Verkehrsfreigabe erfolgte am 21. November 2019. Mit einer Höhe von 158 Meter ist sie Deutschlands zweithöchste Brücke. Die Länge der Brücke beträgt 1,7 Kilometer. Die Kosten der Brücke betrugen 175 Millionen Euro. Das Gesamtprojekt kostete jedoch rund 480 Millionen Euro. Hier haben wir eine Gesamtansicht der Hochmoselbrücke. Rechts ist die Eifelseite, links ist die Hunsrückseite. Nun befahren wir die Brücke bei dichtem Nebel von der West auf die Ostseite. Das heißt von der Eifel in Richtung Hunsrück. Und nun sind wir schon angekommen. Die Nebelschwaden waren aber so dicht, dass wir noch eine Zeit warten mussten und dann ging alles ganz schnell. Am 19. August 2024 wurde der Panoramasteg auf der Hunsrückseite eröffnet. Die Aussichtsplattform wurde in Form eines Bumerangs gebaut und ist etwa 150 Meter lang und etwa 7 Meter hoch. Von ihr hat man einen guten Blick ins Moseltal, auf Zeltingen-Rachtig sowie Irzig. Und natürlich auf die 158 Meter hohe Hochmoselbrücke. Untertitelung des ZDF, 2020 Musik Vom Panoramasteg führt dieser Weg hinauf zu dem Freizeitgelände. Dies sind geschätzte 500 Meter. Warum man da für teures Geld so einen Weg anlegte, ist für mich unverständlich. Ein Schotterweg hätte es auch getan. Gell Snoopy? Ja, gib mir noch ein bisschen. Ja und die Mama auch noch. Schön hier oben, sehr schön. Wunderbar. Eben war noch vor einer Viertelstunde war noch alles zugenebelt. Jetzt ist strahlender Sonnenschein. Und hier, hier drauf, hier könnte man doch Quatsch, quasi könnte man jetzt hier mit Inliner drum herum fahren. Wie so eine kleine Rennstrecke. Bin mal gespannt. Aber da ist noch ein Blick nach Zeltingen runter. Musik Musik Unser Blick schweift nun von Zeltingen-Rachtisch. Im Hintergrund sieht man noch Klostermachern. Bis hinüber nach Irtsig. Musik 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 Zum Umfeld der Aussichtsplattform gehört das Freizeitgelände auf dem angrenzenden Plateau, welches von den Bürgern und Vereinen der umliegenden Ortschaften genutzt werden kann. Musik 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 Die gesamte Raststättenanlage kostete rund 7 Millionen Euro. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020